Gude aus Schengmai, meine Lieben. Heute der zweite Teil, Münzen aus Thailand. Und zwar haben wir hier den großen Bruder des 25-Satang-Stücks, nämlich das 50-Satang-Stück. Und auch hier sind zwei verschiedene Münzen im Umlauf. Einmal mit dem Konterfei des alten Königs, der vor drei Jahren gestorben ist, und links das Konterfei des neuen Königs. Beide Münzen sind sehr fein geprägt, mit sehr vielen Details, wie man an den Uniformkragen sieht. Und der alte König seine Brille, und der linke König, der neue, hat seine Frisur, und auch die Mimik und den Gesichtsausdruck haben sie sehr gut hinbekommen. Aber der größte Unterschied ist, dass die neue Prägung mit dem neuen König eine achteckige Form hat, wohingegen die alte Münze komplett rund war. Aber das spielt im Prinzip auch gar keine Rolle, weil diese Münzen sowieso nicht in Automaten reingeworfen werden. Und von daher hätte man die auch oval oder dreieckig prägen können. Da spielt also in der Preisklasse keine Rolle. Ja, dann sind natürlich die üblichen Beschriftungen vorne noch drauf, wer was ist, so vermute ich mal. Die linke Münze hat auch noch als Besonderheit, also die neue Münze, dass sie wohl aus einem anderen Material als die alte Münze geprägt wurde. Und zwar scheint die alte Münze noch einen wesentlich höheren Kupferanteil zu haben, als die linke Münze, die wohl eher mit mehr Nickel hergestellt wurde. Ja, aber auch das, sage ich mal, spielt bei dem Münzwert, denke ich, überhaupt keine Rolle. Auch hier dürfte der Materialwert trotz allem noch höher sein als der Nominalwert. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal die Rückseite an. Was sehen wir da? Auch rechts die alte Münze mit der Beschriftung 50, was dann 50 Satang bedeutet. und einem religiösen Gebäude, einer Pagode, auch sehr fein herausgearbeitet und mit entsprechenden Prägungen versehen. Wohingegen man auf der rechten Seite der alten Münze sieht 50 und auf der linken Seite ist auch 50. Das ist allerdings das vordere Schriftzeichen, ist die thailändische 5. Also nur zur Verwirrung. Also netterweise haben sie es, sage ich mal, in der arabischen und in der thailändischen Schrift beides nochmal drauf geprägt. Ja, so zum besseren Verständnis. Das ist bei dem linken, bei der neuen achteckigen Münze auch der Fall. Auch hier beides mal der Wert 50 eingeprägt und diverse Schriftzeichen noch rechts und links. Und das Ganze zeigt so eine, ja, zerminelle Krone, Federkrone, auch sehr fein herausgearbeitet. Die achteckige Form dominiert diese Münze halt. Also daran kann man sie auch ganz gut unterscheiden, auch wenn man sich mit den beiden Königen jetzt nicht so gut auskennt. Rund, alte Münze, achteckig, neue Münze. Da kann man sie schon ganz gut unterscheiden. Aber wie gesagt, im Alltagsgebrauch macht diese Münze eigentlich kaum Sinn, weil die, ja, wenigsten Preise jetzt noch mit Sertangs ausgezeichnet sind, sondern halt nur in Bad. Es kann sein, dass man halt mal ein Stück Fleisch abwiegt im Supermarkt und das dann ganz genau gerechnet wird. Und dann da steht, das kostet 25 Baht und, ja, dann 75 Sertang, so zum Beispiel. Und dann gibt man halt 26 Baht hin und bekommt dann noch so eine schöne 25 Sertangmünze, respektive 50 Sertangmünze, je nachdem, wieder raus. So, das wäre das im Prinzip zu diesen schönen Münzen. Man muss ja immer sagen, zwei Münzen. Ich denke, in ein paar Jahren wird die alte Münze komplett verschwunden sein, zumindest aus dem offiziellen Zahlungsverkehr. Und die neue Münze wird dann der Standard sein, der hier im Umlauf ist. Insofern könnte dieses Video bald dann sogar historisch sein, ja, oder so. Nur mal, damit ihr Bescheid wisst, falls ihr mal nach Thailand kommt und euch nicht wundert, das sind beides im Prinzip die gleichen Werte, nur sehen sie halt ein bisschen anders aus. Das ist man ja vom Euro auch so gewohnt. Und, ja, mehr gibt es eigentlich zu dieser kleinen schönen Münze nicht zu sagen. Ich bedanke mich und sage, macht's gut, habt noch eine schöne Zeit. Däumchen nicht vergessen, wäre super. Und ansonsten, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.